sind wir auch immer kommen was heute noch komplett hinbekommen weiß ich noch nicht also soll ein bisschen glück dabei sein dass wir tatsächlich es gibt nur noch spot wo halt noch fossilen auftauchen könnten ich fange mal an den flächen ap hier ist noch ein weiteres item und zwar mit top genesung die kann man immer gebrauchen aber hier noch mal ein top leber und auch mal ein goldbart aber hier ist noch etwas item und zwar einmal noch fünf super bälle auch die kann man gebrauchen die frage sind wir die einsetzen brauchen kann man immer gut gebrauchen schau es ist nur ein rihorn schlurp ja gut schlurp brauchen wir nicht weil das haben wir ja schau mal top das gefangen haben gesehen eine sprühdose topschutz die nehme ich mir mal mit beziehungsweise die setze ich mal ein dann habe ich ein bisschen mehr ruhe und dann brauche ich mich hier ewig mit dem pokémon umhantieren sondern kann hier in aller seelenruhe erstmal item sammeln so da ist noch ein hyper heiler hier befindet sich ein weiterer top beleber immer kurz in steck mal kurz auf die berge hier ja und diese eis klumpen hier habe ich auch alles schon abgearbeitet soweit ich das richtig sehe gut dann machen wir noch mal hier weiter gucken wir mal da hoch so mal komplett durch hier so mal komplett durch so 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 Und hier weiter. Einmal Fluchtsseil. Dann haben wir hier oben noch ein Item. Das nehmen wir mal mit. Das ist eine Top-Genesung. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Dann haben wir hier noch ein Top-Elixier. Ich hoffe, dass wir jetzt zumindest richtig sind. Dann machen wir zumindest sicher, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Das war wohl der richtige Weg. Der Fakt ist, dass wir definitiv nicht den Meister beiwerfen, wenn wir es kriegen. Ich probiere es. Ich versuche es. Ich kann es nicht versprechen. Ich habe, glaube ich, auch nichts weiter, was mir sonst helfen könnte. Ich habe kein gutes Unik-Pokémon tatsächlich dabei. Also, ich muss noch gucken. Gut. Mein Mutter wird Mewtwo weiter. Liebe Leute. Das, was ich eigentlich schon hälzen. Weil ich auch manchmal ein bisschen antieger. So, da ist es. Das stärkste Pokémon aus. Komplett. Kanto. Mewtwo. Das ist natürlich das Problem. Mewtwo definitiv. Wäre ich dann fertig. Fünf Minuten Zeit für den 40er Pokémon. Na, 70er Pokémon. Okay. Mewtwo geht auf Amnesie. Das wird definitiv nicht alles anders. Einfach wieder nicht so einfach werden, wie gegen die Kanto-Starter. Ja, gegen, gegen, einfach, wenn man das zappt auslacht. Mewtwo mit psychokonöse. Im physischen Kanto kann ich nicht nur das machen. Ja, komm. Du bist das irgendwie. Ich hoffe, dass ich jetzt noch mal ein Lecker gesteckt bekomme. Komm, überlebe die Psychokonöse, mein Freund. Nein, natürlich nicht. Es wird nicht einfach werden. Ich habe versucht, noch Donnerwild zu geben, jetzt nur die Zeit zu gewinnen. Ja, das ist eine Überraschung, das muss ich jetzt gerade wieder wegziehen. Scheiße. Halt, ich eine Überraschung, das muss ich jetzt gerade wieder wegziehen. Ja, es ist heute wieder 70, ne? Es ist halt, das ist das Problem. Amnesie. Ja, du pusht natürlich weiter deine Werte, das ist klar. Wir haben noch zwei, wir haben noch drei Minuten und ich habe, es kommt nicht wirklich durch, durch seine Attacke. Ich muss jetzt hoffen, dass ich ein bisschen Glück habe, dass man ein Pokémon mal so eine Attacke überlebt und man merkt so zwei Runden. Problem ist, ich habe kein Pokémon, was man mal sagt, okay, ich stecke mal ein bisschen was weg. Nein, nein, man kriegt auch, man stirbt trotzdem weg. Bleib bei Amnesie, ist mir wirklich nicht, da kann ich nicht in der Erde sieben. Ich muss mal die Pulsier-Aura einsetzen, damit ich ein bisschen weiterkomme. Halt, komm immer, du kriegst du direkt. Ich muss noch ein bisschen was einsetzen. Ich weiß, dass es jetzt eine Psycho-Attacke gibt. Ich war die gar nicht. Ja, das war ein Vollkampf, ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Das Problem ist, wir haben noch eine Minute 50, das hat das halbe Leben noch. Das Problem ist, das nervt mich über der Zeit gerade so ein bisschen. Ich versuche, wenn ich ein bisschen lose it habe. Ja, nein, es geht da rein. Nee, es wird ein Kass. Ich denke mal, bitte ein Volltreffer wird oder so. Noch mal so ein Volltreffer jetzt. Komm, dann sind deine Werte, sind die Werte von ihm egal. Ich muss jetzt weitermachen. Ich habe die Treppe. Ja, natürlich setzt du Genesung ein. Ja, damit war es das, definitiv. Das kann ich nicht machen. Ich krieg das Licht nicht besiegt. Ich krieg's nicht besiegt, das wird klar sein. Die Zeit wird nicht weiter. Eine Minute und dann... Das Problem, dass ich das jetzt wieder heilig... Ja, natürlich geht's um. Das betraue ich, ey. Ja, ich bin ein Volltreffer. Ja, ich bin ein Volltreffer. Ähm, das wäre doch nicht gerade. Ja, 40 Sekunden kann ich schon. Das wird mir wirklich nicht mehr sein, das ist das. Okay, dann hatten die Tue also gewonnen. Das bleibt aber auch dabei, ich kriege nichts weggesteckt, wirklich. Ich kriege nichts weggesteckt, keine Attacke. Es bleibt dabei, keine... An einem Kfee noch irgendwie mit ein bisschen Dusel oder so. Nein, nein. Es bleibt dabei. Es wird kratzen, Alter. Scheiße, Mann! Ja, Müt ist verschwunden. Leck mich doch mal Sack, Alter. Das kann doch nicht sein. Dann machen wir jetzt mal Feierabend. Wir sind zu der nächsten Folge wieder und dann versuche ich's nochmal zu resetten. Also ich muss das Spiel eh neu starten. Okay.